Willkommen zu einer neuen TheForst-Folge Hallo Sind wir endlich mal wieder da So Au So War endlich ein neuer Tag ne Ja Neues Glück Ich hoffe das dies heute alles bisschen besser läuft als wie die letzten paar Folgen wie gestern Die letzten paar Folgen Ja Naja Komm Machen wir direkt Ja ich muss grad schon was essen Echt ich hab mich voll Mich hat's voll gewundert ich war im Spiel drin Und ich hatte keinen Hunger, keinen Durst Ich war super, voller Ausdauer Muss nix Durst hab ich auch keinen Ausdauer ist auch relativ voll Und Essen ja Meiner hat irgendwie immer Hunger Ich hab das Gefühl ich arbeite irgendwie härter als du Komm schon Komm schon Mögt ihr's essen? Jawohl Was hast du gesagt? Oh fuck Los geht's Miep miep Ich bin dann so gespannt ob das mit den Knochen Ding geht Da oben Ja stimmt da bin ich halt gespannt ob das geht Das wär natürlich so nice Müsste aber schon richtig cool ausschauen glaub ich dann Ja wo fährst du hin? Best wär natürlich irgendwas mit Sticks oder sowas aber Ich weiß nicht Knochen Ja im Survival Spiel Sehr schön Sehr schön 26 noch Zwei Fuhren Ja so ungefähr Ja Ein bisschen mehr 24 nehmen wir immer ne mit einer Fuhre Ne Ne genau 26 noch oder? Ne 13 nehmen wir immer mit Ja zwei Fuhren Genau zwei Fuhren Ja genau Genau zwei Fuhren Ja Ja Irgendwie ist's grad bei mir ein Bug Weil ich hab jetzt immer noch dieses eine Ding da vor mir das ich das löschen könnte und wie viele noch fehlen das Schwindet nicht mehr Das ist mir wurscht Ich hoffe das geht weg wenn wir's fertiggestellt haben Ja ich hoffs auch und wenn das wurscht Die hältst du durch die 20 Minuten Uh das löschen geht's nicht mehr schneller Ach du könntest jetzt von hier aus löschen Ja Ich hab mal ganz kurz angetippt das war knapp Wagt es nicht ich sag's dir Bei der letzten Lock Ah das wird's auch schön Ah jetzt ist's glaub ich Weg Vielleicht auch nicht Gern ruckzuck ne wenn wir jetzt zusammen hinfahren dann geht das ruckzuck Ja Interessant was nicht wohl das müssten wir irgendwie wegkriegen Das nervt mich wirklich Ja ein bisschen nervig vor allem das zeigt ja auch immer die verkehrten Sachen da unten an eigentlich Ja Vor allem die ganzen Regenbogenflacken da meinige Aber manchmal ist das so schwer zu erkennen welche Farbe das ist Warum steht der eigentlich nie Vor allem die verschiedenen Gelbtöne an was haben die das nicht denn dabei gedacht Ja ich weiß ja nicht Ist auch noch leicht verpackt weil einmal kurz mal schwarz machen dann irgendwie überhaupt nicht mehr schwarz Ja die Farben müssen wir alle gleichmäßig machen also da bin ich auch fast voll dafür Dass wir dann nochmal zu den Höhlen eingegangen gehen nochmal die Farben ändern dann Aha Gibt's halt einfach mal drei verschiedene oder vier verschiedene Gelbtöne Genau so wie fünf verschiedene Rottöne oder so Ganz komisch Ja alles Das Fluste fährt einfach grad aus grad ohne rumzuzuckeln Oh okay ich hätte es nicht sagen dürfen Warum haben wir da unten eigentlich Leaves 26 von 26 was denn das für ein Schwachsinn Ja das ist halt das Problem weil ich doch da das Ding da gebaut hab weg am Hammer Ach die Leaves hast du schon reingehauen oder wie? Was nein Die hast du in deinem Inventar Achso Oh Hä Warum haben wir noch so viel übrig? Ja wir sind nicht gut im Rechenden Geht ein Loks 3 Hä Hä Wo müssen wir noch Loks hin haben? Hä das weiß ich jetzt aber auch nicht Das Ding war doch fertig oder? Weil für das Shelter brauchen wir ja keine Loks Weil so ein Hunting Shelter hast du nicht gemacht oder? Ne Hä wo brauchen wir einen Loks? Ja geht er hoch Ich meine das ist normal hoch geworden Ja Die Tür ist voll verpackt Das kann so jetzt echt nicht wahr sein Ja komm doch Geh mal weg Geh mal weg Ist okay Aber von außen kommt man wahrscheinlich Nicht Oh Wir haben uns ausgesperrt Was Hinknien Da kommst du durch Ah das ist jetzt irgendwie bissl kacke ne Hä wieso Achso weil das Ding ja nach oben geht Ja Wir sind zu groß für die Tür Ja aber ich glaub da ist genau diese Kante da Die hätte Scheiße Das ist jetzt Sehr blöd Ach scheiße Ach scheiße Es hätt so schön sein können Aber das Es hätt so schön sein können Es hätt so schön sein können Aber es braucht halt so viele Loks Ich möchte das jetzt nicht nochmal bauen Und so oft werden wir hier wahrscheinlich auch nicht raus gehen oder? Ne eigentlich gehen wir hier wahrscheinlich gar nicht raus Ähm Ja einfach mal so Ja cool aber cool Aber ansonsten ist jetzt Wir müssen da jetzt nicht die ganze Zeit raus oder sowas Ne das Ja das sieht einfach nur schön aus Alles gut Alles gut das lassen wir einfach so Ja Das ist schon Alles super duper Super duper Super duper Boneshance Jawohl es funktioniert Ach du scheiße das sieht scheiße aus Irgendwas stimmt doch ja nicht Wieso sieht das scheiße aus? Hä wieso geht das denn denn nach oben? Ohhhh Hä was was macht was Was ist das? Ja schau mal her Wieso geht das denn nach oben? Ja dann lasch das doch Ach das will hier Warte das will dann wahrscheinlich nur außenrum Löscht das einfach das da Außenrum Das wollt einfach nur komplett eingerahmt werden Ey wunderschön Wie? Acht Knochen ich hab Oh scheiße ich hab keine dabei Ich finde das richtig hammergeil Acht Knochen bloß Acht Stickfans gibt's auch Sorry Acht Knochen bloß? Für das? Wissen mich was scheiße an 48 insgesamt du hast ja schon Oder wollen wir lieber ein Stickfans machen? Also 48 ja Ja probiert es Schau mal wie es aussieht Löscht das mal? Geht ja total easy Ah toll Geht ja total easy zu machen oder? So heute sein normales hin So heute sein normales hin Seht auch gut aus Ja Brauch mal zwei Balkone Dann mit Knochen rein und mit Holz So was willst du haben? Lieber das oder als mit den Knochen? Na vielleicht mit Dicks würde ich sagen ne Das passt irgendwie vielleicht besser zum Holzhaus Scheiße Ja und so schlimm ist auch nicht Ich glaub wenn wir uns dran gewöhnen dort immer mit äh Bücken durch dann geht das ruckzuck Ach Gott sei Dank wir haben hier Sticks Hab ich ausgefüllt Oh man die kann damit mich nerven Schau easy peasy Dadurch einfach gemütlich dücken und dann geht das alles Wunder Wunder Hammergeil Hammergeil Das Dach wird jetzt voll aus Ach wir bräuchten vielleicht doch das Dach Wollen wir als nächstes Dach bauen? Das wir dann wirklich mal Bitte haben dann Oder Möchtest du erst die ganzen Regale machen? Ne das Dach zuerst Erstmal das Haus Gut Ich tu erstmal die Sticks dir wieder rein So Äh Custom Roof Ach du Scheiße Ähm Funktioniert das ganz gut? Oder Naja Hä Wieso ist das hier so Ach so Alter wie Alter wie hoch ich das einfach machen kann das Dach Na gut das ist bissl un Äh Wie wollen man das Dach denn machen? Bist du auch gerade in dem Mühlen drin? Na warte ich machs ich öffne das jetzt mal Ich mach mir das jetzt auch mal an Weil da kann man die Höhe von dem Dach ein Dingseln aber Aber Bin mir halt nicht sicher ob das dann Man kann das jetzt extrem hoch bauen ne das Dach Ich bin mir gar nicht sicher Irgendwie will das bei mir nicht so Musst du eh drücken und dann ähm Machen oder wie? Guck weil jetzt ist es bei mir so Ach so Ich weiß aber nicht ob dann da dazwischen da nochmal auffüllbar ist Ob das da jetzt äh frei bleibt Man kanns ganz flach machen aber man kanns auch extrem hoch machen Kannst du das nicht machen Wie machst du das? E drücken und dann oder wie so? Ne du musst an die Wand hingehen Ja und dann? Und dann E drücken ja genau dann kannst du die Höhe einstellen Ach so okay Jawohl komm wir machen das Dach so groß Sieht bestimmt richtig gut aus Soo bist du des Wahnsinns? Meinst du echt? Ne das war ein Schmerz Ich hätte es schon leicht schräg gemacht Ich hätte es gern so ungefähr So ist ganz nice eigentlich Ja ungefähr so Aber ich weiß halt nicht ob dann hier Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher wie das aussieht Ob dann hier dieser Schlitz immer noch ist? Glaubst du man kann dann da nochmal ne Wand irgendwie rumziehen? Oder Also bestimmt Also ne Wand kann Das ganze Lach mag ich jetzt nicht machen das Loch aber Ich auch nicht eigentlich Man kann bestimmt noch äh Wände da oben hinsetzen Aber Es sieht halt dann kacke aus ne Weil es geht da nochmal komplett rum Theoriell Jaaaa Und das starrt raus Was stört mich jetzt dieses Loch Mich stört es vielleicht glaub ich gar nicht Ist halt einfach jetzt mal ein bissl äh Eine notdürftige Unterkunft Ne ich hätte schon zu Gerne schon zu Das ist ein bisschen kacke Warum das Wann die das so kacke gemacht haben Dass das da nicht zu ist Das weiß ich jetzt auch nicht Was du mal custom walls Wenn man Ja ne das Guckt dann so blöd raus Ne Kann man dann nicht irgendwie Ne man kann das irgendwie nicht Ups Lösch es Achso jetzt hast du alles anbogen Alter jetzt muss ich alles einzeln löschen Hier meinst du Das ist ja problematisch irgendwie jetzt Das ist ja problematisch irgendwie jetzt Ne Ich weiß nicht das ist schon scheiße jetzt ein bisschen Das nervt mich schon jetzt Vor allem Irgendwie Wie Da wirklich dann dieses Diese fette Spalt da oben Ja ich weiß es nicht Also irgendwie Sieht da bekloppt aus irgendwie Also hier wird fast ganz sicher nix sein Hab ich das Gefühl Da haben sie es voll verkauft glaube ich Ja Weil sonst wird ja irgendwas angezeigt oder Der Spalt okay Der könnte weg sein Warte mal Ne man kann das jetzt irgendwie Also das würde ich jetzt irgendwie gern ausprobieren Ich hab grad versucht irgendwie das Äh Blut Oder das doch andersrum irgendwie zu machen Ja ich auch aber das hat irgendwie nicht funktioniert Das geht nicht Automatisch so Schade irgendwie Weil irgendwie Ja Aber auf dem Bild ist ja auch ausgefüllt die Kante dort ne Ja Ach maaaann Fasso ist perfekt gewesen Was ist wenn man das Warte was ist wenn man das anders macht Jetzt pass auf wenn ich hier C drücke warte Warte Uh was ist das jetzt Ah nein warte warte Lösch mal das andere bitte kurz Was ist wenn ich Von dieser Ecke Zu dieser Ecke gehe Zu dieser Ecke gehe Dann zu dieser Ecke Und dann Manuel zu dieser Ecke Ist immer genial wie der Mond immer angeht Wie so ne Taschenlampe Dann hoch und dann Ah cool Cool Hast du irgendwie was hinbekommen Jaaa Hä was ist das Wie so ist hier so Ja Macht nix macht nix Das hat mich jetzt Ich hab versucht zu löschen Aber es war halt ein bisschen Nein warte C Hast es ganz gut hinbekommen Hat ganz gut ausgeschaut Schon ne Aber er will immer Besser ist das andere Fangen mal Diese Ecke mal an Bist ein guter Baumeister Dann wir nochmal zu dieser Ecke Nein Quatsch Zu dieser Ecke war das So So und dann zu dieser Ecke Und dann da hoch Und dann da hoch Ich hoffe dass es jetzt weg ist Wenn nicht dann kann ich da auch nix dafür Und dann die Höhe Ah ne Diese Ecke da hinten Das bleibt immer und immer wieder Das da hinten Ich glaub das ist weil das Dach schief Weil das Haus leicht schief ist glaube ich Kann sein ja Weil es will immer Hier ist weiter draußen Wie dort glaube ich Die Rätschen müssen wir Problem Das Problem von diesen Dingen Haben wir halt immer noch dann ne Pass auf Dann mach ich das Dann da halt Ja gut aber dort Die kleinen Wenn dort und dort frei wäre Wird es mich jetzt nicht so stören Auf die beiden Seiten Der Wind kommt trotzdem rein Hmhm Der ist ganz schön stark hier Das hier beginnen würde theoretisch jetzt mal Schauen wir mal Wupp Du bleibst Zack Schauen wir mal ob das jetzt geht Ach scheiße Jetzt habe ich es wieder Verkehrt gemacht Scheiße Abbrechen Abbrechen Okay Oder hatte ich das überhaupt nicht? Ne ich hatte gar nicht verkehrt So ungefähr Genau so Ich bräuchte so ein zweites Zweiten Typen der genau sieht Ob das jetzt passt So oder so Ich sehe deine Baupläne leider nicht Ja leider Ey warte ich glaube das könnte Ja Uh sehr schön So sollen wir es mal so ausprobieren Erstmal so lassen Weil schöner geht es fast nicht Ja so sieht es doch glaube ich ganz in Ordnung aus Schon oder Ich meine man könnte jetzt theoretisch noch Ich so Das mache ich nachdem wir das gebaut haben Geht das theoretisch? Warte das mag ich jetzt mal wissen Theoretisch könnte ich nochmal versuchen Jetzt genau andersrum zu bauen So wie es vorher war Weil dann wäre das hier und hier abgedeckt Weißt du wie ich meine? Ja ja klar Aber wenn wir jetzt das da machen Dann kann es sein dass ich wenn ich lösche Das da lösche Ja wir bauen das halt jetzt einfach Und dann machen wir das zweite Dach einfach nochmal drüber Guck mal hier siehst du wie schief die Wand ist eigentlich Finde ich ein bisschen schade Weil hier siehst du Hier ist so ein bisschen frei Und das geht aber gerade rüber Und dort ist es direkt dran Siehst du das? An der Ecke Deswegen war vorhin auch Aber wie so ist die denn schief? Ja ich weiß nicht das war eigentlich gerade ne Normal Doch doch wenn du auch hier so die Flucht guckst Ja gut aber leicht Ja Doch die Flucht ist so ein bisschen schief Aber ich glaube das würde mich nicht stören Das fällt gar nicht auf Ich meine so perfekt kann man jetzt nicht bauen Und so vor ist das ja fast nicht machbar Ich würde ja dafür dass wir es einfach ausbauen Und normalen Zeit ist doch super stülpen Ja Ja versuchen zumindest Erstmal wie es aussehe Weil ich kann mir auch wieder Vorstellen dass es kacke aussehen könnte Könnte Ich muss ganz schnell was trinken und essen Gut die Tür nervt mich ein bisschen da Echt? Ja weil die Balkontürnie nervt mich ein bisschen Naja Damit müssen wir jetzt leben Wir haben es verkackt NEIN HALT Du hast es verkackt Wieso wieder ich? Du hast es gebaut Du hast mal der Kontrolleur gesagt Der sieht perfekt aus Auf das habe ich jetzt nicht geachtet Dass der Boden auf gleiche Höhe ist Ja doch ich eigentlich schon Es sah aus als wäre es auf der gleichen Höhe Es ist halt wirklich minimal Dass die Tür kaum aufgeht Oh ich muss auch was essen Fällt mir grad so auf Ich haue einen Hasen rein Und noch so ein Ding Ein bisschen was strinken Ist eigentlich mein Beutel gefüllt Ja Ja gut ja gut ja gut Ach wir haben ja noch zwei Dinger drin Du magst ihn gleich draufhauen Ja wieso nicht Alles gut Willst du das sonst machen? Ne war's schon Ja gut Ja gut anscheinend bleibt diese Kante wirklich da ne Ist sehr ärgerlich Haben sie nicht schön Ja das ist Haben sie nicht schön gemacht Ja das ist irgendwie nicht sehr schön Ja Ist auch voll unlogisch Das müssen wir halt Dinge noch verbinden Ja das ist Theoretisch schweben die Dinge jetzt in der Luft ne Ja irgendwie mit Zeilen oder sowas Das hätten sie echt schöner machen können Ja Gut ist nur Alpha Vielleicht kommt das noch Aber von außen sieht der schon schön aus jetzt so Ja Vor allem wenn man sie noch richtig schön beleuchten Oh ja das wird richtig nice Richtig schön ausgeleuchtend ist ja Oh ja Hä Und runtergefallen Aber egal Wir waren eh da Genau ähm Genau eine Fuhre können wir glaube ich jetzt noch machen ne Und dann Ja eine Fuhre noch und dann ist schon nach 20 Minuten Ja Völker Schluss Jetzt aber echt die Feuerwehr Die fuhre ging jetzt bei mir richtig schnell fand ich Ja irgendwie haben wir eigentlich nur das Dach gebaut jetzt Und gut Ja das Ding haben wir fertig gemacht Ja gut das Gerüst Ja gut jetzt sind wir schon beim Dach doch Wir haben schon ein bisschen was gemacht Aber es kam mir jetzt voll schnell vor Hoppala Ja weil die Zeit weg geht in dem Spiel echt so schnell Ich weiß auch nicht also So schnell Hm Okay Moment Hallo Okay Wunderschön So das war die Fuhre Ja das war die Fuhre Ja das war die Fuhre Ja das war die Fuhre Machen wir hier direkt und dann Ich habe die nächste Folge Alles ist dann Tschüss Bis zur nächsten Folge Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020